Ein hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Life is Strange, es geht weiter, wie den letzten Part nicht gesehen hat, unbedingt nachholen und wir sprechen jetzt mal mit Chloe, nachdem wir alle Akten gesammelt haben. Schatz dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they form some sort of weird team, the Superhebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's five thousand dollars here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after our knife showdown yesterday. Oh nein, ich weiß, was sie jetzt von uns verlangt, dass wir das entscheiden. Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Scheiße, ich wusste es doch. Oh nein, Leute. Leave the money, steal the money. Ah, ist das fies. Ah, das ist doch echt gemein. Ah, da muss ich jetzt mal aber echt kurz drüber nachdenken, Leute. Ich... Ich weiß es gerade nicht. Was wir wirklich machen sollen. Ich meine, sollen wir dieses blöde Geld denn jetzt wirklich klauen? Ich glaube nicht, dass es so gut wäre. Wenn wir das wirklich machen. Weil, ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, das kommt dann 100 pro wieder raus. Wenn wir es aber nicht nehmen, dann wird wahrscheinlich Chloe wieder total angepisst auf uns sein. Ah, ich weiß auch nicht. Irgendwie... Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht wirklich, was wir machen sollen. Verdammt. Ich überlege, aber irgendwie... Es ist... Es ist schwierig zu entscheiden. Würde ich sagen. Aber... Ich weiß nicht. Ich würde am liebsten jetzt wissen, was ihr machen würdet. Aber, naja, geht ja schlecht. Ähm... Ich muss einfach gerade mal kurz überlegen. Hm. Also, mein Gefühl sagt mir, wir sollten es lassen. Ganz eindeutig. Also... Oh, jetzt habe ich gerade die Maus. Jetzt muss ich mal ganz kurz raus. So, jetzt. Ihr Controller. Genau. Also, ich würde es nicht stehlen. Also, das wäre einfach falsch. Wir würden uns nur noch mehr Probleme einhandeln. Vor allem kommen so die Beweise raus, dass wir in seinem Büro waren. Ne, Leute. Wir sagen einfach... Ne, 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 ne. Wir lassen das hier, das Geld. Hm. Ja, aber es wäre nicht richtig gewesen. Okay, wir können uns die Fakten jetzt hier also auch nochmal ansehen. Das könnt ihr euch ja alles mal durchlesen, wenn ihr möchtet. Okay. Oh, hier steht ganz schön viel drinnen. Äh. Ich lese es mir gerade mal für mich selber kurz durch. Der hat ganz schön was am Stecken. Der ist gar nicht so unschuldig. Auch hier ist ein Report für Sachen. Was er endlich schon alles angeblich gemacht hat. Hm. Okay, das ist wirklich interessant zu lesen. Bin mal gespannt, wie das weitergehen wird. Und das Geld lassen wir hier. Das ist schon die richtige Entscheidung, würde ich sagen. Oh, das ist ja nicht. Das Schöne für ein Sonnenscheidung? Der Blackwell Pool ist unser. Schwimmen? Du willst das jetzt nehmen? Es hat eine Cray-Wieke. Du hast mich nicht geholfen, um das Geld zu vergeben, zu verabschieden Frank. So, wenn er eine Karte in meinem Schalt, at least er mir einen Karteum ein bisschen was für ein paar Minuten. Splisch-splash? Du bist richtig. Wir hella deserve es. Splisch-splash. Ich bin ein guter schlechter Einfluss. Sie scheint aber zu vergessen, dass wir immer noch hier eine gewisse Verantwortung haben, denn dieser Sturm kommt immer näher. Okay, alles klar, Chloe. So, wenn nicht, ich wette, sie ist dafür, dass wir in den Jungsraum gehen, einfach nur damit wir so ein bisschen rebellisch spielen. Dann gehen wir mal in den Jungsraum, ich denke mal, das will sie. Alles klar, ich schaue mich hier aber auch mal um. Ach, schon wieder eine Zigarette, toll. Nathans, ah. Alleine deswegen wollte ich auch in den Jungsraum, weil man hier mal irgendwas finden kann. Oh, ein Handy. Die hat also nur so ein, äh... Necklace ist ja, glaube ich, so ein, äh, ja, ein Halsband getragen und ihr Handy. Huiuiui. Okay, nicht schlecht. Kann man sich natürlich viel Fantasie darunter vorstellen. Ich glaube, er hat das in der Jefferson-Klasse entwickelt. Aber warum? Ach, der war schon ein cooler Typ irgendwo. War ein lustiger. Das muss sein, um Kinder zu trainieren. Oh, das ist von Logan. Ich glaube, ich sollte das eine Evolution sein. Dana, ich weiß, ich bin ein A-Hole, aber ich bin immer noch ein A-Hole, um dich zu lachen. Logan. Eine Jacke. Ich glaube, jemand hat ihren Blackwell-Spirit vergessen. So mehr scheint es dir aber nicht zu geben. Sex me up. Jetzt gehen wir nicht auf den Klo. Toll. Victoria loves the D. Oh, es ist nett, zu wissen, dass Victoria etwas außer sich selbst. Toll. Max is a Femi. Ne, ist sie. Ja, von wem das wohl kam. Von wem das ist, brauchen wir nicht erraten. Oh. I love Vowren-Gay-Room. I bet you do. Okay. Dana needs a Baby Daddy. A Baby Daddy. Okay. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Max Caulfield. Moral Avenger. Or self-righteous hypocrite. Ach, da geht es jetzt zum Schwimmbad. Okay. Kann man den auch in die Mädchen umkleiden? Das würde mich jetzt einfach interessieren. Okay, was haben wir hier? Ich hoffe, die Otter werden überleben. Okay. If only I could solve the mystery of the missing catpicks. Alles klar, das könnt ihr euch ja auch mal durchlesen, wenn ihr möchtet. I actually don't have the time to investigate this caper. Hier hat einer so eine Schwimmbrille anscheinend verloren. Äh, wie war das denn jetzt? Aber können wir die Zeit zurückspulen? Wir haben ja jetzt alles gesehen. Aber wir müssen die Zeit auch zurückspulen können, um in den Mädchenraum zu kommen, oder? Okay, machen wir das doch mal. Jetzt nehmen wir mal den Girls Locker Room. Okay, das scheint anscheinend jetzt nicht so die große Auswirkung zu haben, wo man reinkommt oder nicht. Aber mich interessiert natürlich auch, was bei den Mädchen jetzt drin ist. Otters eat beavers. The wit, it burns. Victoria's Locker. Okay. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Tja, hinter jeder Fassade steckt doch irgendwas, würde ich sagen, ne? Flipper is in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? Uh, und das interessiert mich. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Okay, das ist doch schon mal, glaube ich, ganz wichtig. Einfach sowas zu wissen, weil wir behalten ja die Erinnerungen aus der Vergangenheit, äh, aus dem jungen Raum. Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. What? If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. Swim class is for young ladies. Okay. Eine Socke. Cool. Where does that other sock go? So was macht sie sich Gedanken? Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Oh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a Snoop. Okay, schauen wir hier mal, was hier für Graffiti ist. Rachel. Abedda. 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 Was ist hier? Dear Kate, I don't care. Gott. Well, we care, dickhead. Uh, das war gemein. Wer das auch immer geschrieben hat. Das ist schon echt fies. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir aber alles gesehen und gehen mal raus. So, was gibt es denn hier noch zu schauen? Kann man hier was gucken? Man darf hier nichts außer Acht lassen. Hat die Erfahrung gezeigt, sowas ist echt wichtig. Und eigentlich soll man hier am Beckenrand nicht rennen, ne? Wir sind also schon sehr rebellisch heute. Nicht nur, dass wir einbrechen, wir rennen. Einbrechen, genau. Wir breschen ein. Einbrechen. Sondern wir rennen auch noch. Looks like I'm the Vortex Club Bouncer. Böse, Böse, Böse. Sondern wir rennen auch noch am Beckenrand. Das ist wirklich, wir sind böse. Also, muss man schon sagen. Böse, böse. Aber wo ist denn jetzt die liebe... Oh! Ich glaube nicht, dass jemand hier nie verbrannt hat. Ich hoffe. Ach, hier ist noch ein Büro. In case I run out of air, I know where to come. Ähm... Durchsuchen wir das doch mal. Okay, das kennen wir ja eigentlich. Was haben wir hier? Kaffee. Kaffee und Schwimmen. Gute Kombi. Ah! Ob wir das aber anmachen sollten? Whiteboard. Was haben wir denn hier? Also, der große Plan ist... Win, win, win. Hm. Klar. Aber wenn jetzt da Luz draufstehen würde, wäre es auch ein bisschen komisch. Okay, machen wir das doch mal an, würde ich sagen. Boah, das sieht schön aus. Alles dunkel und der Schwimmbecken ist beleuchtet. Wow. Mal gucken, wie Chloe aussieht. Hallo, Chloe. Kann ich mit dir sprechen? Wir müssen... Aber doch nicht mit den Klamotten. Wir sollten uns auch mal umziehen gehen, oder? Irgendwo müssen wir doch auch unseren Raum haben. Oder können wir uns... Achso, nee, das war von Nathan. Ach, jetzt konnten wir doch hier rein. Achso, das heißt, es hat also gar keinen Unterschied gemacht. Wir konnten so oder so in beide Räume. Aber... Ja, jetzt würde ich aber schon gerne, ähm... Ähm... Umziehen muss ich mich doch noch, oder? Achso, kann ich mit dir sprechen. Okay. Oh, ja, Baby. It feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes, because I wanted that cash dash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare. Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Ach, was guckst du auf einmal so kritisch? Okay. Cowabunga! Why, look. An otter in my water. Dun 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 dun. Du bist so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. Ach, ach, ach. Ich will nur aufhören und aufhören Sie. Otter's Revenge. Cheater. Ja, du wirst nicht wissen, dass du das. Hm. All this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. What if I had thanks to you? What if I had? Thank God. But what if I had? What if Kate didn't jump but you would be... ...dead. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me you would have never discovered your power, right? Absolutely. I don't know. Es stimmt ja eigentlich schon. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell Bros all over you. Like Warren. Foreign is nice. You're the bro-killer. Gross. Foreign is nice or gross. Gross. You're the bro-killer. Uh... Sagen wir mal, you're the bro-killer. You're the bro-killer. Tats and dude. You did not just say that. Plus, I am not down with these Arcadia Bay hillbillies. I don't blame you. Anyway, we have bigger fish to fry, right? No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other. Otter versus shark style. I, uh, think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Oh, verdammt. Und da geht es los. Aber ich würde sagen, ich ben jetzt hier erstmal in dem Part. Und wie wir hier rauskommen werden, das erfahrt ihr dann im nächsten. Bis dahin würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Auf Wiedersehen. Und da gehen. Okay. Okay. Vielen Dank.